Unsere Geschichte handelt von einem Mädchen namens Iris. Iris ist sehr sensibel. So sehr, dass sie immer in Tränen ausbricht. Sie weint, wenn sie traurig ist. Wenn sie glücklich ist. Und bricht sogar in Tränen aus, wenn ihr Dinge zu nahe kommen. Sie hat spezielle Tränendrüsen, um neue Tränen zu machen. Und spezielle Kanäle, sogenannte Tränenpünktchen, um alte abzuleiten. Und sie weint so sehr, dass sie jeden Tag 300 Milliliter Tränen weint. 110 Liter pro Jahr. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass sie die ganze Zeit ein bisschen weint. Die Basaltränen, die Iris ständig produziert, bilden eine dünne Hülle aus drei Schichten, die Iris bedecken und Schmutz und Ablagerungen fernhalten. Direkt neben Iris befindet sich die Muzinschicht, die das Ganze an ihr festhält. Darauf liegt die wässrige Schicht, die Iris mit Feuchtigkeit versorgt, invasive Bakterien abwehrt und ihre Haut, die Hornhaut, vor Schäden schützt. Und schließlich gibt es noch die Lipidschicht. Ein öliger äußerer Film, durch den die Oberfläche glatt bleibt, damit Iris hindurchsehen kann. Und der verhindert, dass die anderen Schichten verdunsten. Normalerweise geht Iris ihrem Tag nach, ohne wirklich zu bemerken, dass die Basaltränen arbeiten. Und das ist ja auch der Sinn dahinter. Doch eines Tages lernt sie ein Mädchen namens Zwiebel kennen. Iris ist sofort begeistert. Zwiebel sieht in ihrer lila Jacke umwerfend aus. Und sie riecht fantastisch. Also lädt Iris Zwiebel zum Abendessen zu sich nach Hause ein. Doch als sie hereinkommt und ihre Jacke auszieht, passiert etwas Schreckliches. Weißt du, wenn Zwiebel ihre Jacke auszieht, findet eine chemische Reaktion statt, die die Sulfoxide, die sie so großartig riechen lassen, in Sulfensäure umwandelt, die dann zu einer fiesen Substanz mit einem langen Namen wird. Propantial S-Oxid. Das Gas reizt Iris und plötzlich, sie kann nicht anders, fängt sie unkontrolliert an zu weinen. Diese Reflex-Tränen unterscheiden sich von den Basal-Tränen, die Iris gewöhnt ist. Da sie so konzipiert sind, dass sie schädliche Substanzen oder Partikel wegspülen, werden sie in viel größeren Mengen freigesetzt. Und ihre wässrige Schicht enthält weitere Antikörper, um auch Mikroorganismen zu stoppen, die möglicherweise eindringen könnten. Sowohl Iris als auch Zwiebel sind am Boden zerstört. Sie wissen, dass sie ihre Beziehung nicht fortsetzen können, wenn Iris jedes Mal Schmerzen hat und weint, wenn Zwiebel ihre Jacke auszieht. Also trennen sie sich. Als Zwiebel hinausgeht, hört Iris auf zu weinen. Und fängt sofort wieder an. Nur weint sie jetzt keine Reflex-Tränen, sondern emotionale Tränen. Wenn jemand entweder zu traurig oder zu glücklich ist, fühlt es sich an wie ein Kontrollverlust, was gefährlich sein kann. Es werden also emotionale Tränen geschickt, um die Stimmung so schnell wie möglich zu stabilisieren. Hinzu kommen andere körperliche Reaktionen, wie erhöhte Herzfrequenz und langsamere Atmung. Aber Wissenschaftler sind sich immer noch nicht sicher, wie oder warum die Tränen selbst hilfreich sind. Sie können ein sozialer Mechanismus sein, um Sympathie hervorzurufen oder Unterwerfung zu zeigen. Einige Studien haben herausgefunden, dass emotionale Tränen höhere Mengen an Stresshormonen enthalten, wie zum Beispiel ACTH und Enkephalin, ein Endorphin und natürliches Schmerzmittel. In diesem Fall beruhigen emotionale Tränen Iris auch direkt und signalisieren anderen ihren emotionalen Zustand. Tut mir leid, dass es mit Zwiebeln nicht klappte, Iris. Aber keine Sorge, solange du alle drei Arten von Tränen hast, die daran arbeiten, dich ausgeglichen und gesund zu halten, wird es besser werden. Du wirst sehen. Bist du bereit für weiteres Wissen? Schau dir diese Videos an, um dein Wissen zu testen oder mehr über Dinge zu erfahren, die du noch nicht kennst. Abonniere und bleib neugierig. Bis zum nächsten Mal.